Es gibt Rumors von einer dunklen Verbreitung in der Lande von Fluttershine. Wahrscheinlich fühlt sich Keeper Carrion, dass er den dunklen Engels Tempel befindet. Du musst schneller gehen, wenn wir zu überwachen. Und vorweg sei schon mal gesagt, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen kamen die letzten Tage auch recht wenig, weil ich echt nicht so viel aufnehmen konnte, leider. Falls es mal zu Schniefern oder so kommt, möchte ich mich da direkt jetzt schon mal für entschuldigen. Und ja, trotzdem habe ich endlich mal wieder Zeit und auch Lust, Dungeon Keeper 2 weiter aufzunehmen. Sorry, dass die letzten drei, vier Tage nichts kam. Aber ich denke mal, da könnt ihr drüber hinwegsehen. Und wir starten einfach mal jetzt mit Level 14, hören uns an, was es zu tun gibt. Ah, sehr schön. Hier gibt es endlich die Mana-Volts. Wie heißen die nochmal auf Deutsch? Mana-Gruft, glaube ich, oder so. Irgendwie so heißen die. Die uns mit Bonus-Mana versorgen, damit wir Horny zum Beispiel beschwören können. Und auch lange Zeit aufrechterhalten können, denn der kostet massig Mana. Äh, ja, genug gequatscht, Leute. Wir legen los und dann schauen wir mal, was passiert. Your evil stench offends my nose. This fragrant land rejects you. I'll make sure of that. Witch doesn't matter. Okay, das kriegen wir hin, denke ich mal. Äh, warte, ne, das machen wir hier anders. Hier kommt mein Schlafsaal hin. Der dürfte so genügend. Drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünfzehn. Naja, das passt erstmal. Äh, der Phil hat mir mal wieder ein paar Bonusaufgaben gegeben, Leute. Ich darf nur drei Raumarten bauen. Und zwar wären das zum einen der Schlafsaal, die Hühnerfarm, der Trainingsraum und, äh, Kerker. Hat er Kerker oder Folterkammer? Ich meine, er hat Kerker gesagt. Das bedeutet keine eisernen Jungfrauen für uns in diesem Level. Ich weiß nicht, das ist schon eine ziemlich harte Challenge. Ich hoffe, Phil hat sich das gut überlegt. Nicht, dass ich hier gleich, äh, mehrere Parts an diesem Level sitze. Das wäre schon ein bisschen ärgerlich. Ich darf noch nicht mal eine Goldkammer bauen. Das ist hart. Aber, unser Berater ist halt hart. Ja. Weihnachten? Was ist das? Könnte schwierig werden, das Level. Könnte wirklich schwierig werden. Das sage ich jetzt nicht nur einfach so. Das, äh, wird eine harte Nuss, denke ich. Ich muss überlegen, wie ich hier den Trainingsraum noch hingezimmert kriege. Wir haben sehr wenig Platz. Sehr wenig. Sehr wenig. Hm. Könnte hier mich durchgraben, um hier einen Trainingsraum hinzubauen. Zu bauen. Bauen wir hier einen Trainingsraum. So würde das gehen. Aber hier geht es dann auch durch. Ah, das passt mir nicht so gut. Ja, aber irgendwo muss der Trainingsraum ja hin. Was soll's. Mal schauen, wie viele Kreaturen wir dann überhaupt kriegen. Das mag ich schon wieder nicht, wenn die hier alle so an einem Ort alle zusammen arbeiten. Das geht mir auf den Sack, ehrlich gesagt. So, hier könnten wir mal einen hin beschwören, der dann hier das Land einnimmt. Und dann fangen wir an mit dem Schlafsaal. So, Schlafsaal. 21 Betten. Das dürfte erstmal genügen. So, hier können wir uns nachher durchgraben. Wo auch immer das hinführen mag. Genauso wie hier. Da kommen wir direkt zu dem Gold da oben. Hier kommt die Hühnerfarm hin. So. Ich hoffe, das genügt von der Größe her. Und sorry, da war's gerade schon das erste Mal, das Schniefen. Ach ja. Wie gute Winterzeit. Bin aber nicht der Einzige, der krank ist. Ich hab schon, äh, einige Leute jetzt in letzter Zeit mitbekommen. Die genau wie ich da ein paar Probleme haben. Ich wollte einmal kurz hier erforschen. Hier auch so ein, zwei Golddinger. Wie viel Gold bringt so ein Teil nochmal? 3.000. Naja, okay, würde sich schon lohnen, da hinzugraben. Ich wollte schon sagen, wenn ich da eine Brücke hinbaue, da ist die Brücke ja wahrscheinlich mehr wert als der Dingens. So, jetzt würde ich gerne hier nochmal einen Trainingsraum hinpacken. Und da, there's my money gun. Äh, hier brauchst du gar nicht. Hier würde ich mich gerne durchgraben. Ich verstehe gar nicht, warum keine Kreaturen kommen. Wir haben einen Schlafsaal, wir haben eine Hühnerfarm, wir haben einen Trainingsraum. Aber keiner mag in unser Dungeon kommen. Warum? Was haben wir falsch gemacht? Geht doch. So, trainieren bitte schön. Da kennen wir ja nichts, ne? Die müssen immer schön trainieren, die Leute. Oh, okay, interessant. Oh, interessant, ein Heldenportal direkt. Okay, alles klar. Das Schöne ist, wo zum Teufel soll ich denn jetzt noch meinen Kerker hinbauen, lieber Phil? Ist ja gar kein Platz mehr. Oh Mann. So, komm her. Der will scheinbar, doch, jetzt will er angreifen, okay. Ja, wenn ich jetzt einen Kerker hätte... Ja, egal, der rennt ja genau in meine Trainingshalle. Wenn ich jetzt einen Kerker hätte, könnte ich die natürlich schon gefangen nehmen. Oh, shit. Wenn die jetzt angreifen, dann habe ich aber ein Riesenproblem. Scheiß, die Wand an, die greifen wirklich an. Scheiß, die Wand an. Können die bitte... Oh, fuck. Scheiße. Okay, Leute, das wird böse. Oh, fuck. Das wird nichts. Da bin ich mal sehr gespannt. Meine Blitze muss ich auch sehr bedacht einsetzen. Jetzt zum Beispiel einen. Und jetzt kann ich schon gar keinen mehr. Boah, okay. Ich meine, die sind noch nicht hochtrainiert. Das ist nicht so schlimm. Da hätte ich mich scheinbar noch nicht hochgraben sollen. Das war, äh... War unklug. Ein Gegner ist down. Ein Gegner ist down. Komm schon. Warte. Ah, fuck. Das wird nichts. Das wird nichts. Okay, könnte gut sein, dass ich dieses Level hier noch mal neu starten muss. Ja, das wird nichts. Das wird nichts mehr. Fuck. Oh, shit. Das war jetzt aber überhaupt nicht schön. Obwohl, warte mal. Eine Chance haben wir noch. Eine Chance haben wir noch. Ich habe zwar gesagt, ich mache es nicht. Aber, äh... Good old Symbiose. Ja, kommt. Versuche mich zu treffen. Warte. Boah, shit. Mein Dungeon-Netz ist schon mega unter Attacke. Der, äh... Trainiert sich übrigens in der Zeit nicht, wo ich ihn lenke. Das ist ein bisschen der Nachteil von der Symbiose. Aber ihr seht ja, hier ein Level 3er ist gar kein Problem für mich. So, den kriege ich auch noch. Den kriege ich auch noch. Komm schon. Schlimmer wird es eher. Mit den, äh... Riesen gleich. Da könnte ich ein Problem bekommen. Nee, okay. Die bemerken mich ja gar nicht mal. So, guck mal da. Da kommt sogar noch der andere zur Unterstützung. Ist jetzt nicht so schlimm, dass die Kreaturen down gegangen sind. Schlimmer ist es eigentlich, falls mein Dungeon-Herz halt hier wirklich... Jetzt irgendwie unter Beschuss gerät. Dass ich dann halt weniger Lebensenergie habe. Das ist halt nicht so cool, ne? So, die hier kriegen wir auch. So, guck mal. Wir gehen mal hier raus. Und meine Imps können mal hier eben... Ihren Imps-Job tun. So, okay. Graveyard darf ich nicht bauen. Leider hat mein Berater gesagt. So, okay. Das hätten wir geschafft. Ihr dürft euch gerne ausruhen. Und danach könnt ihr gerne direkt trainieren gehen. Ein Kerker darf ich bauen, sagt der gute Phil. Sehr großzügig von ihm, oder? Findet ihr das nicht auch? Äh, ja. Die trainieren. Ach, da ist eine Magic Door. Ja, wenn die hier drauf gehen, kriege ich kein Geld. Ich glaube, ich brauche einen Kerker, damit ich halt Geld kriege. Ja, wenn jetzt die nächste Armee da ankommt, ne? Kriege ich aber langsam zu viel. Was soll die Scheiße? Wollt ihr mich verarschen? Die können doch jetzt nicht hier alle zwei Minuten angerannt kommen. Oh, Mann. Oh, Mann. So, komm du mal her. Ist wieder ein Lizard. Ein Salamander. Schön trainieren. Ach, die müssen... Muss hier wieder her. Ich wollte die Symbiose nicht nutzen. Wir schauen, ob unsere Kreaturen das schaffen. Wir haben ein bisschen mehr Mana dieses Mal. Kann die Riesen also eine etwas längere Zeit stunnen. Für meine Kreaturen. Jetzt habe ich den einen Riesen nicht getroffen. Das ist mies. Das ist mies. Da wurde geheilt, der eine. Oh, einer ist schon Level 3 von unseren. Komm schon, ihr schafft es. Geht alle auf den Riesen. Wenn ihr den Riesen habt, dann haben wir die Armee so gut wie ausgehebelt. Ja, der Riese ist down. Der Riese down. Noch keine Kreatur von mir down, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Nein, alle leben noch. Sehr schön. So, direkt hier den in die Schlacht werfen. Und die magische Tür. Ja, impf. Du bist auch blöd, ey. So, was ist hier los? Ah, ist ein Geheimgang quasi. Kann ich hier zum Heldenportal. So, das Problem ist, ich kriege hier nirgendwo einen Kerker hingebaut. Hier geht es auch nicht weiter. Da gibt es nur ein bisschen Gold. Holen wir uns das Gold einfach mal eben kurz. Ähm, ja. Die vergammeln da alle. Finde ich aber nicht weiter tragisch. Wir müssen uns was überlegen. Wenn die hier jetzt alle 2-3 Minuten in Angriff starten. Ich meine gut, inzwischen haben wir eine Armee, die den Angriffen scheinbar standhalten kann. Ein Kerker wäre trotzdem schön. Da gebe ich viel schon recht. Einfach nur, damit man, äh, damit man Geld bekommt. Weil wenn die hier sterben, ich glaube, ich kriege kein Geld, wenn die hier sterben, ist das Problem. So, das heißt, wir haben 7 Salamander. Das wäre scheinbar ein Salamander-Level. Ja, ich brauche schon eine Schatzkammer. Ich darf aber keine bauen. Bedank dich bei Phil, mein lieber Ingame-Berater. Denn mein Real-Life-Berater ist anderer Meinung als du. Der sagt, ich brauche keine Schatzkammer. Oh, da kommen Gegner. Ah, da sind wieder die... Alles klar, da ist wieder so eine Horde. Ihr trainiert dann mal eben. Die kommen echt im Minutentakt, wa? Das ist echt krass.